Viele Menschen üben jahrelang einen Beruf aus und stellen aus unterschiedlichsten Gründen fest, dass sie nicht mehr arbeiten wollen oder können. Sie wollen sich verändern, wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen, möchten mehr Lebensqualität haben oder haben beispielsweise für sich festgestellt, dass sie andere Talente und Ziele haben. Ich habe viele dieser Menschen auf ihrem neuen Weg bereits begleitet und dabei festgestellt, dass alles erreichbar ist, wenn die Menschen dazu bereit sind. Wer setzt sich denn heutzutage noch mit seinen Stärken und Talenten auseinander? Haben Sie jemanden, der Sie auf diesem Lebensweg professionell unterstützt? Viele trauen sich aus ihrer Komfortzone nicht mehr heraus und haben den Mut, Entscheidungen zu treffen. Schließlich stehen Sie vor tiefgreifenden Veränderungen in Ihrem Leben. Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, dann helfe ich Ihnen mit meiner 10-jährigen Berufserfahrung von ca. 2000 Coachings weiter. Ich hole Sie dort ab, wo Sie stehen und beschreite dann diesen neuen Weg gemeinsam mit Ihnen. Ich sehe mich als Wegbegleiter, der mit neuen und altbewährten Mitteln dabei hilft, berufliche Fähigkeiten und Stärken herauszukitzeln. Ich gebe Ihnen Impulse und schärfe das Bewusstsein und stärke Sie in Ihr Beton und wecke in Ihnen ungeahntes Potenzial, was Ihnen entlebt und wessen Sie sich bisher noch nicht bewusst waren. Fühlen Sie sich angesprochen und verspüren Sie die größte Lust und Motivation, sich beruflich und privat zu verändern? Oder wollen Sie beruflich neu durchstarten? Dann freue ich mich auf das Coaching mit Ihnen. Mein Name ist Leventan, meine Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Videos. Und denken Sie immer daran, gewinnen fängt an mit Beginnen. Bis zum nächsten Mal.